Hallo zusammen, heute zeige ich euch diese coolen Rip Roaster Spare Ribs. Und das Ergebnis ist so ein XL Mag Rib. Zeit, den Grillern zu schmeißen. Und natürlich brauchen wir zuerst einmal Spare Ribs. Das hier sind Scherrippchen vom Schwein. Einfach die Silberhaut entfernen. Da erzähle ich euch sicherlich nichts Neues mehr. Mit einem Löffel kurz das anheben und wenn man Glück hat, kann man das so in einem durch abziehen. Dann brauchen wir natürlich einen Barbecue Rub. Ich nutze hier Magic Green von der Spice Bar. Finde ich gut, verlinke ich euch mal unten drunter. Könnt ihr euch ja mal angucken. Eine grüne Farbe auf Rüppchen finde ich eigentlich sogar ganz witzig. So, viel hilft viel an dieser Stelle. Natürlich von beiden Seiten. Und dann auch gucken, dass man den Rand und die Seitenteile noch mitbekommt. Viele von euch schwören ja bei den Rüppchenhaltern und beim Grillen auf die Ikea Deckelhalter. Die habe ich natürlich auch noch im Angebot. Mittlerweile habe ich aber auch das eine oder andere coole Zubehörteil, wie zum Beispiel diesen Rüppchenhalter hier vom Broilking. Der hat noch mehrere Funktionalitäten. Man kann zum Beispiel auch einen Braten drauflegen. Oder halt, was man sonst noch damit machen kann, zeige ich euch in den kommenden Wochen gerne nochmal. So, ich habe jetzt insgesamt vier Stränge von diesen Rüppchen hier mit Magic Green fertig gerabbt. Und die lasse ich jetzt auch nicht lange durchziehen, sondern die haue ich unmittelbar direkt auf mein Keck. Keck ist vorgeheizt, 120 Grad, low and slow, eine Stunde. Ich smoke mit Olivenkernen vom Eftimios. Die habe ich in letzter Zeit oft im Einsatz. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und so nach einer guten Stunde sehen die Rüppchen dann so aus. Dann nehme ich die runter. Und dann kommt jetzt das nächste Feature. Der Broilking Rib Roaster. Das habt ihr schon am Titel gehört. Beim Rib Roaster handelt es sich ähnlich wie bei einem Dutch Ofen um so ein gusseisernes Teil hier. Das ist aber speziell dafür gemacht, damit man Rüppchen quasi aufrecht hinstellen kann und diese dann darin garen kann. Im Prinzip, je nach Größe der Rüppchen, denke ich, passen so gut oder gerne sechs Stück rein. Man kann also eigentlich so vier in die Mitte machen und bekommt wahrscheinlich sogar noch, wenn man die ein bisschen zusammendreht, sogar noch jeweils eins ans Ende rechts und ans Ende links. Ich glaube, der Klaus hat mal so ein Video gemacht. Ich meine, er hatte sechs Stück da drin. Das ist jetzt die Rüppchen-Version für alle, die nicht sechs Stunden Zeit investieren wollen. Und ich zeige euch, wie gut das funktioniert. Jetzt kommt etwas Flüssigkeit mit in den Rib Roaster. In dem Fall nehme ich hier ungefähr 0,3 Liter Coke. Ihr könnt aber natürlich auch die Klassiker Apfelessig, Apfelsaft oder etwas mit Alkohol nehmen. Tequila-Rüppchen, da gibt es schon die ein oder andere coole Idee, die man da machen kann. Wenn man es jetzt schafft, den Deckel zu schließen, dann kommt jetzt das Gerät wieder zurück auf den Grill. In dem Fall baue ich jetzt natürlich nicht mehr den Smoker, sondern da kommt jetzt der Gasgrill zum Einsatz. Indirekt wird gegrillt, der linke und der rechte Brenner sind an. Wir regeln das Ganze hoch auf ca. 180 bis 190 Grad und lassen dann zwei Stunden lang diese Rüppchen hier drin dämpfen. Das ist die Dämmphase, wie ihr das auch kennt, wenn ihr das normalerweise in Alufolie macht. Das ist also das perfekte Ding für alle, die die Alufolie einsparen wollen. Und man sieht das schon, wie sich hier das Fleisch vom Knochen zurückgezogen hat. Sorry für die wackelnde Kamera da hier gerade. Und jetzt nehmen wir sie raus. Und dann können wir die eigentlich noch mal kurz auf dem Grill glasieren mit Barbecue-Soße. Und dann schauen wir mal den Gargrad an. Denn darauf kommt es ja an. Also ich mag nicht mehr, dass sie so matschig sind. Ich mag auch nicht Fallen of the Bone so richtig. Also mir sind die meisten Teils dann zu wabbelig. Es ist gut, wenn man den Knochen ohne weiteres lösen kann. Aber am Ende brauche ich für mich dort etwas Biss bei den Rüppchen. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe keine Lust. Mit der Schnabeltasse, das kommt irgendwann, wenn ich alt genug bin. Ihr seht, die haben auch zum Teil schon eine ganz gute Farbe. Die in der Mitte, die näher zusammenstehen, die sind noch etwas blasser. Das macht aber nichts. Der Gargrad, den ändert nichts. So, und jetzt kommen die noch mal eine halbe Stunde. Auf Keck. Und dann glasieren wir die einmal mit einer Barbecue-Soße. Das hier ist jetzt eine Crownberry-Barbecue-Soße. Die könnte man natürlich auch jede andere Barbecue-Soße nehmen. Hier die, meine Lieblings-Barbecue-Soßen. Dirty, Harry und die Barbecue-Grill- und Buchenholz. Die zum Beispiel funktioniert wunderbar. So, das Lackieren war jetzt eine gute Viertelstunde her. So sehen die beiden Kameraden dann jetzt aus. Sie bekommen noch ein bisschen Raucharoma. Lassen sie noch eine Viertelstunde drauf. Und dann sind unsere Jungs fertig. So, einmal umdrehen. Und ihr seht jetzt hier schon, man kann den Knochen spielend lösen. Aber das Fleisch ist nicht so, dass man jetzt hier das ohne Gebiss essen könnte, sondern den gewünschten Biss. Die Rippchen haben jetzt insgesamt im Prinzip in einer Stunde räuchern, zwei Stunden in dem Rip-Roaster und nochmal eine halbe Stunde in Summe dreieinhalb Stunden gedauert. Das ist, naja, fast halb so viel, wie man normalerweise so hat. Ja, mal gucken, dass man das Ding nicht komplett zerfetzt. Und ich finde das Ergebnis rundherum gelungen. Es hängt natürlich immer von der Dicke eurer Rippchen ab, wie lange das dann funktioniert. Ich finde das Tool eine coole Sache. Da kann man bestimmt auch noch andere Sachen drin dämpfen. Das werde ich dann demnächst mal ausprobieren. Wie serviere ich das Ganze? Ich habe Lust auf so einen XL-McRip. Also habe ich mir hier so ein Baguette reingegeben, in den Backofen geschoben. So ein Fertigteil. Das hat ungefähr die Größe von so einem Strang-Rippchen. Da hauen wir das jetzt drauf. Natürlich kann auch noch Salat und so ein Gedöns mit dabei. Brauche ich an der Stelle aber eigentlich gar nicht, sondern eigentlich nur noch ein paar frische Zwiebeln. Hier so eine Mischung aus weißem und rotem. Vielleicht noch ein Schuss Barbecue-Soße oben drauf. Und dann war es das auch schon. Ja, die genauen Mengenangaben, die passenden Links zu den Produkten, zum Magic Green Rub, packe ich euch natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr auch die Links zu meinen Fanpages. Insbesondere über ein Like bei Facebook und ein Follow bei Instagram würde ich mich sehr freuen. Ansonsten würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr mir hier noch eine Bewertung hinterlasst und meinen Kanal abonniert. Für den Fall, dass ihr noch nicht Abonnenten von 0 nach 15 BBQ seid. Viele spannende Sachen, die dann noch kommen in den kommenden Wochen, das kann ich versprechen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus. – Vielen Dank.